Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, irgendwie hatte ich es im Gefühl, das Thema Präsenzprüfungen wird uns alle wohl oder übel noch eine Weile beschäftigen und auch wenn einige von Ihnen es vielleicht nicht mehr hören können, es soll und muss auch in dieser Woche wieder mein erstes Thema sein. Nach meinem Podcast in der letzten Woche ist etwas auf den ersten Blick Unerfreuliches, auf den zweiten Blick aber letztlich Wichtiges passiert. In den Kommentaren hat ein Studierender sich bitter beklagt, er kritisiert, dass Prüflinge, die vom Erstversuch zurücktreten, so wie wir dies ja auch vorgesehen haben, wenn jemand im Augenblick nicht teilnehmen kann oder auch nicht teilnehmen möchte, automatisch von der Prüfung abgemeldet sind und deshalb nicht an einem Wiederholungstermin teilnehmen können, der noch im selben Semester angesetzt ist. Stattdessen können Sie die Prüfung erst dann ablegen, wenn die Veranstaltung das nächste Mal regulär angeboten wird. Wenn es schlecht läuft, heißt das erst im darauffolgenden Jahr. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Der Studierende hatte Recht. Wir hatten übersehen, dass sich diese seit Jahren geltende und grundsätzlich sinnvolle Regelung in besonderen Zeiten äußerst ungünstig auswirkt. Dieser Effekt ist uns quasi durchgerutscht und das tut mir persönlich auch sehr leid, denn liebe Studierende, so ist das natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben Ihnen zugesichert, dass Sie durch den Rücktritt von Prüfungen keine prüfungsrechtlichen Nachteile erfahren werden und daran halten wir uns auch. Zum Glück kann man aber Fehler, wenn man sie rechtzeitig erkennt, korrigieren beziehungsweise Entscheidungen und Regelungen auch nachschärfen. Insofern gilt mein Dank heute dem Studierenden, der uns auf YouTube auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat. Wir haben eine Lösung für das Problem gefunden und mit den Studiendekanen abgestimmt. In diesem Semester meldet das Prüfungsamt alle Studierenden, die vom Erstversuch der Prüfung zurücktreten, für den Wiederholungsversuch automatisch an. Die Studierenden erhalten also die Möglichkeit, auch vom Wiederholungsversuch ohne weitere Voraussetzungen noch bis zum Tag beziehungsweise am Tag der Prüfung zurückzutreten. Wir möchten Sie jedoch bitten, sich, falls Sie sich auch beim Wiederholungsversuch für einen Rücktritt entscheiden, frühzeitig selbst über mein Campus von der Prüfung abzumelden, damit wir Ihre ursprüngliche Anmeldung bei der Prüfungsplanung dann nicht mehr berücksichtigen müssen. Nein, sagen Sie nichts. Es ist kompliziert, aber es ist eine Lösung für genau das Problem, das der Kommentator angesprochen hat und zum Glück eine gute Lösung. Und offen gesagt, was ist dieser Tage schon einfach? Weil im Zusammenhang mit den Präsenzprüfungen immer wieder Gerüchte kursieren, die nicht zutreffen und Prüflinge in Angst und Schrecken versetzen, haben wir die wichtigsten Fakten noch einmal zusammengestellt. Unsere FAU-News-Moderatorin Nina präsentiert sie auch in einem kleinen Video, das ab sofort auf YouTube online ist und das wir auch unten verlinken. Im Zusammenhang mit den Prüfungen möchte ich auch noch kurz auf zwei gute Nachrichten hinweisen. Bedürftige Studierende können dank einer Spende der Firma Engel & Völkers beim Studentenwerk kostenlos eine FFP2-Maske bekommen, wie sie sie beim Einkaufen oder im öffentlichen Nahverkehr ja schon heute verwenden sollten. Sie müssen dafür einen Nachweis über die BAföG-Förderung oder eben über Brückungshilfe vorlegen. Und wir haben Sonderkonditionen mit zwei Hotels ausgehandelt, weil einige Studierende aktuell gar keine Wohnung in Erlangen gemietet haben, für die Prüfung aber trotzdem irgendwo übernachten müssen. Die Teilnahme an einer Prüfung zählt als dienstliche Verpflichtung. Es muss im Hotel also der Nachweis zum Beispiel über die Prüfungsanmeldung vorgelegt werden. Dann werden die Studierenden quasi wie Geschäftsreisende behandelt. Mehr Infos dazu findet ihr in Kürze auf unseren Webseiten. Und nun noch ganz schnell zwei weitere Themen. Viele von Ihnen haben sich mittlerweile an Lehren und Studieren via Zoom gewöhnt und trotz verschiedener Schwächen lässt es sich mit dem System sehr gut und unkompliziert arbeiten. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir vor einem Jahr in der ersten Welle der Corona-Pandemie Zoom quasi zunächst als Pilot eingeführt haben, mit der Option, es nach einer gründlichen Evaluation dann dauerhaft einzusetzen. Dieser Termin steht nun an. Am 1. April laufen die gegenwärtigen Lizenzen aus. Wir würden Zoom gerne weiterführen und sind daher in sehr konstruktiven Gesprächen mit den Datenschützern aller Bayerischen Unis. Es soll eine bayernweit einheitliche Lösung geben. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir hier schon bald gute Nachrichten für Sie haben. Zum Schluss noch eine erfreuliche Personalie. Unsere Professorin Anja-Kathrin Bosserhoff ist soeben zur Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats gewählt worden. Das ist eine hohe Ehre und zeigt einmal mehr, wie anerkannt unsere Forscherinnen und Forscher in der Gesellschaft und in den höchsten wissenschaftlichen Gremien sind. Die 32 Mitglieder der Kommission werden vom Bundespräsidenten berufen und vertreten die Wissenschaft in Deutschland. Gratulation an dieser Stelle an Professorin Bosserhoff. Wir sind sehr, sehr stolz auf Sie. Und damit möchte ich für heute schließen und Ihnen eine gute und erfolgreiche Woche wünschen. Passen Sie auf sich und aufeinander auf und vor allem bleiben Sie gesund. Passen Sie auf sich und aufeinander auf und vor allem bleiben Sie gesund.